Einen schönen guten Tag oder wann auch immer ihr das hört, je nachdem wann Sven das auch reinstellt. Deswegen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Ich habe mir sozusagen die Erlaubnis geholt, dass ich dem Sven direkt mal, wahrscheinlich über WhatsApp geteilt, dann einen Beitrag zuschicken kann und darf zu seiner Folge 792. Er hätte sich oder hat sich von Windows verabschiedet. Ich habe es noch nicht ganz getan, aber bin auf dem besten Weg dazu. Deswegen auch die Idee, einen Beitrag dazu zu machen. Tja, ich habe mittlerweile schon so viele mobile Geräte aus verschiedensten Betriebssystemen und aus verschiedensten Firmen, dass ich sagen kann, eigentlich brauche ich Microsoft nicht mehr unbedingt. Ich teste derzeit noch ein paar Sachen auf Microsoft Windows 10, aber wenn das 11er dann Einzug hat, glaube ich, dann teste ich ab und zu mal was in der virtuellen Maschine vielleicht, aber einen richtigen Windows installiert, sehe ich nicht mehr. Ich bin ja schon 2011 zu Linux gegangen, eigentlich, habe dann aber für bestimmte Sachen, die zu Ausbildungszwecken notwendig waren, doch noch Windows gebraucht, vor allem im Referendariat. Und jetzt, wo ich eben da nicht mehr drin bin und so selber bestimmen kann, was ich nutze und was ich nicht nutze, bin ich immer mehr zu Mobilgeräten übergegangen, vor allem, weil es mir auch nicht körperlich gut tut, stundenlang am Rechner zu sitzen. Das tut nicht gut. Zum einen für die Spastik nicht, die ich noch habe, zum anderen aber auch für meine Lymphe. Wenn ich da die Beine hochlegen kann oder liegen kann, ist das viel besser, als wenn ich stundenlang sitzen muss. Ich kann mal ein paar Stunden sitzen, aber nicht acht Stunden. Bei Klausuren musste man aber fast acht Stunden sitzen. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Da habe ich mich meistens dann bewegt, wenn ich da irgendwas diktiert habe an eine Schreibkraft oder so. Aber gut, das sind jetzt Spitzfindigkeiten, die will ich gar nicht aufrollen. Was ich damit sagen will, mir tut die Tatsache, dass es die Mobilgeräte gibt, auch gut. Nicht nur, dass ich dann von außen oder von draußen was machen kann. Das nicht. Das ist egal. Aber mir tut die Tatsache gut, dass ich nicht immer alles am Rechner machen muss. Und wenn ich was am Rechner mache, dann kann ich auch am Linux machen, nämlich ab und zu mal Texte korrigieren, die ich eindiktiert habe. Und mal gucken, ob da noch irgendwo Fehler sind. Weil die Spracheingaben sind, ja, schon gut, die Google-Spracheingabe, aber noch nicht fehlerfrei, logischerweise. Das funktioniert nicht immer. Im Moment noch nicht. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, aber noch nicht. Also ein bisschen brauche ich den Rechner vielleicht noch zur Korrektur. Gut. Aber dann kann ich auch das Linux nehmen. Oder ich könnte theoretisch dann auch das Android nehmen und mit Tastatur korrigieren. Mit eingeschlossener Tastatur könnte ich auch. Ginge auch noch. Und dadurch, dass ich noch ein iPad Mini 3 und ein iPhone 7 habe, gut, die sind beide etwas älter, bin ich jetzt auch gar nicht so am Rechner, weil ich, wenn ich bestimmte Sachen mit der A-Dame machen will, mit der A-Damen-App, ich mache die Sachen alle über App. Nicht über ein Gerät, was ich gekauft habe, sondern einfach über die App. Dann kann ich zwar nicht alles machen, aber das, was ich machen will, kann ich auf jeden Fall machen. Ein bisschen Quizzen und so. Und das funktioniert allemal. Also das geht dann allemal, ja. Und insofern sage ich mal so, ich brauche das auch nicht unbedingt mehr. Meine Mutter noch, ja, okay. Äh, irgendwie auch noch. Aber ich selbst überlege ernsthaft, ob ich nicht, wenn Windows 10 ausläuft. Ich habe das hier noch als externen Stick und so und als mobile Installation. Aber ob ich das dann überhaupt noch weiterführe, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht mehr. Vor allem habe ich auch nie wirklich JAWS genommen. Ich habe NVDA genommen. Weil sobald ich ein JAWS aktualisiert habe, ist mir irgendwas weggebrochen. Damals unter Windows 7 sogar schon. Dann ist mir immer irgendwie der, dieses Office-Modul weggebrochen, was so ein bisschen das Word-Menü vereinfacht hat. Am Anfang war das schön. Und irgendwann habe ich mich dann aber doch mit den Menübändern arrangiert. Oder mit den Tastenkürzeln, die ich da brauchte. Aber gut, das ist auch alles jetzt Geschichte. Ich scanne ja eigentlich auch gar nicht mehr richtig Texte ein. Ich mache das auch alles mobil. Entweder über, ähm, Lookout, wo ich direkt Dokumente einscannen kann. Der sagt mir dann sogar, wie ich das Ding halten soll. Weiter nach oben, weiter nach unten, weiter nach links, weiter nach rechts. Zu nah, ähm, zurückbewegen und bla bla bla. Ja, also, und sagt dann, ruhig halten, wenn ich auf der richtigen Stellung bin. Und dann habe ich das auch eingescannt. Also, warum sollte ich denn, ähm, pfff. Ja, warum sollte ich unbedingt mit Windows das einscannen? Und wenn ich wirklich mit dem Rechner einscannen wollte, könnte ich mit Linux immer noch einscannen. Ähm. Ne, mache ich nicht mehr. Ich kann das auf dem Xiaomi scannen. Ich kann es hier auf dem Blindshell, habe ich auch Lookout drauf. Und zwar ohne Anmeldung. Da ist das Google-Konto nicht angemeldet, aber es funktioniert ja trotzdem. Also, warum sollte ich jetzt irgendwie Dokumente, pfff. Ja, am Rechner einscannen. Warum? Nö. Brauche ich nicht. Und vielleicht würde mir das iPhone oder das iPad auch noch irgendwas bieten, was ich jetzt nicht weiß. Kann ja sein. Aber das habe ich noch nicht getestet. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Apps, die ich aber nicht kenne. Weil ich letztlich, ähm, ja, das Ganze eigentlich immer hier auf dem Android-Bereich mache. Also Blindshell ist ja letztlich auch Android. Also, was soll's. Warum sollte ich jetzt unbedingt das andere scannen über den PC? Okay, nö, mach ich nicht mehr. Erstmal ist der Scanner, also ist das Ganze viel umständlicher, als einfach mal so eine Kamera rüber zu halten, also so ein Handy. Dann noch dieses kleine Blindshell im Verhältnis zu einem größeren 6-Zoll-Smartphone. Puh, warum sollte ich? Nö, brauche ich nicht. Gut, ich könnte mir ein kleineres Android-Gerät holen, aber dann habe ich nicht so die Garantie, dass ich noch Updates dafür kriege. Es gibt von Uniherz noch, ähm, oder Uniherz, oder wie die heißen, wie man die auch immer ausspricht, ähm, kleine Geräte. Ähm, ich habe mir sogar mal ein 2-Zoll-Gerät angeguckt, das war mir allerdings zu fipsig. Ähm, das hat ein anderer Blinder, der hier in der gleichen Straße wohnt wie ich. Und das Ding ist mir wieder zu fipsig. Aber gut, er kommt damit klar, warum auch nicht. Soll er doch. Ich bräuchte dann schon 4-Zoll. Also 4-Zoll war okay. Das war der Samsung Galaxy J1 2016. Der war okay. Daran habe ich gelernt, mit Wischgesten und sowas umzugehen. Ich hatte zwar vorher schon so ein virtuelles Android auf Linux installiert, auf ein Android x86. Aber gut, daran konnte ich die Wischgesten nur so teilweise lernen. Ging auch, aber, ähm, okay. Und Tastaturbedienung habe ich gelernt da dran. Aber dass ich dann natürlich irgendwann, äh, Rivo-Tastatur mir zulegen würde, auch für Android, war mir damals noch nicht klar. Naja, wie auch immer, äh, ich bewege mich mit erfolgreichen Schritten auch weg vom, ähm, stationären Rechner. Ähm, der Linux-Rechner ist hauptsächlich mein WLAN-Geber, weil ich der Einzige in der Familie bin, der sehr viel WLAN nutzt. Und warum soll ich das dann direkt über die Fritzbox leiten? Pfff, ich muss ja nicht dem ganzen Haus zeigen, dass ich WLAN habe. Dann reicht es gerade so in der Wohnung. Ähm, vielleicht nicht komplett, aber, ähm, zum großen Teil. Und dann kommt es drauf an, ob man die, ähm, Zimmertür noch offen hat. Wenn man die Tür zum Zimmer offen hat, noch, wo das WLAN auch hergestrahlt wird. Ähm, also, wo ich jetzt gerade auch sitze. Äh, ich gucke jetzt quasi auf den Rechner, der das WLAN mir speist. Ähm, dann, dann, ja. Und der strahlt in das andere Zimmer, wo ich viel liege. Ähm, hauptsächlich. Das heißt, ich habe da wunderschönen WLAN drüben. So. Und jetzt ist, ist noch mein Traum, eine kleine Breitzeile mir zu holen. Aber gut, das ist eigentlich jetzt nur Nebensache. Ähm, für diesen Beitrag ist es nur Nebensache hier. Das Ganze fing eigentlich an, als ich dann rausstellte, naja, das ist eigentlich für meine Beine und so besser, wenn ich viel liegen kann. Vor allem, ähm, als ich 2021 mal krank war und viel liegen musste, war ich schon froh, dass ich da schon ein altes Android hatte, was ich, ähm, nutzen konnte für E-Mail, Suche, im Internet und weiß ich nicht, was noch alles. Äh, YouTube habe ich, glaube ich, auch geguckt damit. Ähm, ja, also, da habe ich auch schon viel gemacht. Ich war praktisch eigentlich kaum am Rechner und dann kam noch die Krankheit meines Vaters dazu. Ähm, das heißt, das Zimmer, wo die Rechner waren, war sowieso mehr oder weniger blockiert. Und, also, ich wollte auch nicht ständig stören, weil, mal hat er geschlafen, mal nicht und dies und das und so war dann immer schön Ruhe und ich konnte trotzdem drüben arbeiten im anderen Zimmer was machen. Und, dann habe ich damals Beiträge gemacht oder irgendwas. Also, für YouTube oder für irgendwas und gut. Gut, das Einzige, was hier noch rumsteht, äh, was ich hier bräuchte, aber das würde ich jetzt natürlich mir nie nach drüben nehmen und auf den Bauch legen, ist der MIDI-Controller. Der kleine MIDI-Controller, den ich hier habe. Der würde immer an einem Rechner hängen. Ähm, oder, ähm, vielleicht auch irgendwann mal am Mobilgerät, aber so weit bin ich noch nicht. Aber im Moment noch am Rechner, aber den könnte ich auch an einen Linux-Rechner anschließen, weil ich hauptsächlich Online-Synthesizer nutze und, ja, die gehen auf allen Betriebssystemen. Das ist egal. Das würde wahrscheinlich auch auf einem, ähm, Apple-Gerät gehen mit Safari. Soweit ich weiß, gehen die Online-Synthesizer meistens mit Chrome, mit Safari oder mit Firefox. Ähm, aber mit Chrome geht's ganz gut. Safari habe ich noch nicht ausprobiert. Müsste ich mal tun. Mal gucken. Ich kann ja trotzdem mal, ähm, auch wenn ich da jetzt keine MIDI-Controller habe, trotzdem mal gucken, ob ich, ähm, die Dinge, also die Töne da anklicken kann oder mit Doppeltipp ausführen kann oder ich weiß nicht, oder ich müsste den Voice-Over mal ausmachen. Also, pfff, der Möglichkeiten gäbe es da einige. Habe ich aber noch nicht gemacht. Also, das Einzige, was mich noch an einem Rechner hält, im Moment, ist der MIDI-Controller von Akai. Akai Pro Mini-MK3. Ähm, aber sonst, nix. Das Ohr, der Elton noch, aber, naja, das Elton, also das Clango-Nachfolge-Programm, das ist, äh, solange ich noch Windows 10 haben darf und habe und solange das Ding noch Updates kriegt, ja, bitteschön, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und vielleicht ist der Elton auch irgendwann noch Geschichte, dann habe ich noch mehr, noch weniger Ambitionen, ins Windows zu gehen. Ähm, ähm, also, ich, gedanklich quäle ich mich eigentlich abends immer ins Windows rein, weil, naja, ich mache es eigentlich nur wegen, ähm, wegen des Elton-Programms, also, Nachfolge-Programm vom Clango, weil man es leider nie geschafft hat, a, die Webseite in Deutsch zu machen, die gibt es mal nur in Polnisch, und b, weil man es nie geschafft hat, eine mobile App, die wirklich was kann, auf die Beine zu stellen. Das ist auch ein bisschen doof, und deswegen hält mich eigentlich, nur noch der Elton am Windows. Ich habe mich mittlerweile aber schon von kommerziellen, antivieren Software-Lösungen verabschiedet, ich nutze nur noch diesen Microsoft Defender, für das bisschen, was ich da mache, und das war es dann. Also, ich bin auf dem besten Weg, da eigentlich wegzugehen. Wenn der Elton da nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich schon längst weg. Dann hätte ich das vielleicht sogar schon früher geschafft, als der Sven. aber, gut, ist nun mal nicht. Ja, und so, ändern sich die Zeiten. Ich kann ja eigentlich alles mobil machen, ich kann Fernseh gucken, egal wie, entweder Pay-TV, Free-TV, sonst was, habe ich alles da, auch legal. O2-TV lässt grüßen, oder auch andere Lösungen. Und warum sollte ich dann unbedingt auf dem Rechner das Ganze machen? Bluetooth-Lautsprecher habe ich genug, ich habe einen Google-Home-Lautsprecher. Über den kann ich auch noch, ähm, per Bluetooth oder WLAN streamen, wobei Bluetooth in meinem Fall irgendwie die sichere Variante ist. Die bricht wenigstens nicht weg. Gut, es ist halt Bluetooth. Ich habe Bluetooth-Lautsprecher liegen. Das heißt, das Gerät könnte, wenn ich jetzt irgendwas mir anhöre, ganz woanders liegen, und ich höre das über Bluetooth-Lautsprecher. Selbst Webinare kann ich über Apps, sei es Zoom oder GoToWebinar oder irgendwas über das Smartphone mir anhören. Warum sollte ich dann den Rechner noch nehmen? E-Mail mache ich schon lange über Blindstall Classic 2. Blindstall Classic 1, da habe ich es auch schon gemacht. Also was soll's. Auch bei mir wird irgendwann der Windows-Rechner nicht mehr existieren. Oder das Windows-Betriebssystem nicht mehr. Bestenfalls ein Linux noch und das war's. Und selbst mein Linux, da mache ich auch nicht so viel. Das ist mehr mein mein WLAN-Geber. Ansonsten nix. Gut, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenwohnen würde, der auch, oder diejenige, die auch WLAN braucht für Blindshell oder was weiß ich für ein Gerät, dann könnte ich das so nicht machen, wie ich es jetzt im Moment mache. Dann müsste ich es aber die Fritzbox direkt laufen lassen, wenn dann zu viele Geräte drin hängen. Das schafft dann so ein WLAN-Hotspot-Ding nicht mehr. Aber das hält mich dann trotzdem nicht, bringt mich dann trotzdem zum Windows nicht mehr zurück. Also das bleibt sowieso weg. Und ein Linux ist einfach leichter zu pflegen auch. Wenn da mal was kaputt geht, kann ich wieder neu aufsetzen und habe dann komplett ein Office mit drin, muss dann nicht alles wieder nachreichen und muss nicht wieder gucken, wo kriege ich das Zeug her. Klar, bestimmte Programme muss ich dann nachinstallieren, aber die, die ich nachinstallieren will, die kriege ich relativ einfach wieder. So, da muss ich nicht mal viel tun dafür. Also selbst wenn ich, wenn mir da mal was kaputt geht, dann ist das nicht so wie im Windows. Gut, im Windows kann man heute auch alleine wieder aufsetzen, aber das ist alles viel umständlicher und die ganzen Programme muss man dann nachinstallieren erst und bei Linux kriegt man ein komplettes Office mit dazu, also LibreOffice in dem Fall. Ähm, und dann ist gut. Ja, also Microsoft brauche ich da lange nicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das Linux so wenig nutze irgendwann. Also, dass der nur noch mein WLAN-Geber ist und vielleicht mal als Korrekturrechner herhalten muss für irgendwelche Texte. oder wenn ich irgendwo mich mal anmelden will, was mit dem Mobilgerät ein bisschen umständlich ist. Naja, gut, also mit Blindshell umständlich wäre, bei der Blindshell auch nicht alles schafft. Aber, gut, es ist so, wie es ist. Es ändern sich die Zeiten und für mich ist das sogar gut, dass sie sich geändert haben. Auch gesundheitlich ist das für mich besser. Es ist also nicht nur Bequemlichkeit, sondern in meinem Fall sogar gesundheitlich besser. gut. Wer sich bis dahin den Vortrag angehört hat, dem danke ich sehr und wer zwischendurch immer abgeschaltet hat, hat abgeschaltet. Das Wesentliche hat trotzdem jeder mitbekommen und so, das Ding geht jetzt ans Wenn und er kann das dann als Sonderfolge oder wie auch immer deklarieren und gut ist. Ja. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mal in den YouTube-Kanal bei mir reingucken oder wer Telegram hat, auch Wehrwölfchens Blog mal suchen in einem Wort geschrieben. Add Wehrwölfchens Blog, das ist der Kanal. Da ist auch sehr viel drin. Auch Sachen, die im YouTube nicht landen. Weil ich die manchmal nur als Sprachnachricht bringe, die dann als Textnachricht wieder rauskommt. Wobei ich gar nicht schaffe, die Textnachrichten nachzukorrigieren. Aber aus den Textnachrichten kriegt man auch einiges raus und wenn einen was interessiert, kann man ja doch nochmal die Sprachnachricht hören. Dafür habe ich auch manchmal Sachen vorgeführt, die ich nicht für YouTube aufgenommen habe. Gut, dann nochmal ein bisschen Eigenwerbung, aber gut, dann viel Spaß bei Sven in seinem Podcast von Sven Heidenreich oder eben bei mir bei Wehrwölfchens Blog. Die Internetadresse gebe ich auch mal kurz durch, das ist Wehrwölfchens Testecke noch, also in einem Wort geschrieben, wehrwölfchens testecke.blogspot.com oder .de, das ist egal, im Moment noch und nächstes Jahr will ich das eigentlich als richter Top-Level-Domain haben, als TLD und dann auch richtig mit Impressum und mit Datenschutzerklärungen soweit wie möglich und da es aber ein privates Projekt ist, muss ich da jetzt nicht so stringent sein, aber will das schon ziemlich rechtssicher gestalten, weil ich mich da ein bisschen präsentieren will eigentlich auch durch diese Vorführungen und diese Erklärungen die ich so gebe. Ja, auch dieser Blog wird sich dann eines Tages ändern, da wird nicht nur Linux und ähnliches drauf sein und auch nicht nur meine Musik und auch nicht nur Hörspiele und so und auch nicht nur Hörspielgedanken, sondern eben auch mobile Sachen, die ich vorführe und so ein bisschen habe ich das ja jetzt auch schon gemacht mit dem letzten Beitrag, wie ich vom Rechten aus auf dem Google Home Lautsprecher streame, also gut, da bewegt sich auch bei mir etwas, so ist es nicht. Zwar immer wieder mal in großen Abständen, aber es bewegt sich was in ganz andere Richtung, als ich mal gedacht hätte. Na dann, Tschüss!